Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee und Anouk schläft gerade ganz selig bei mir. In meinem heutigen Video geht es um die Brennnessel und zwar wie man Brennnessel roh im Salat essen kann. Nachdem mich jetzt schon so viele Menschen danach gefragt haben, dachte ich mir, mache ich doch mal ein Video dazu. Die Brennnessel ist übrigens eine super Heilpflanze. Sie versorgt unseren Körper optimal mit Nährstoffen und sie hilft auch noch bei der Entgiftung. Brennnessel enthält zum Beispiel sehr viel Magnesium, Kalium und Eisen und sehr viel Vitamin A, C und E und das alles um ein Vielfaches mehr als zum Beispiel ein Kopfsalat oder in anderen Salaten ist. Und wie man die Brennnessel nun roh im Salat zubereiten kann, ohne sich danach zu verbrennen, das möchte ich euch jetzt zeigen. Und jetzt gehen wir als erstes mal zusammen Brennnesseln sammeln. Juhu, hier habe ich jetzt ein paar tolle Brennnesseln gefunden und die pflücke ich jetzt für meinen tollen Salat. Mir macht es das nichts aus, die mit den bloßen Händen zu pflücken. Ich bin das schon gewöhnt. Wer braucht, nimmt halt Handschuhe oder eine Schere. Ich pflücke dann immer den oberen Triebe so ab mit den oberen Blättern. Übrigens im Garten, wenn dann mal gemäht wurde oder sowas, dann wachsen die Brennnesseln wieder schön frisch und jung nach. Am besten nimmt man eh immer welche, die jetzt noch nicht so alt sind. Und die pflücke ich jetzt hier, die schönen. Ich bedanke mich natürlich. Danke, du liebe Brennnessel. Und pack die alle in mein Kräutersammeltäschchen. Und nachdem ich nun genügend Brennnesseln gesammelt habe, nehme ich euch nun mit in meine zauberhafte Küche, wo wir den köstlichen, rohen Brennnesselsalat nun zusammen herstellen werden. Hallo, da bin ich wieder in meiner zauberhaften Küche. Und Anouk ist auch schon wieder aufgewacht. Und nun zeige ich euch, wie man den rohköstlichen Brennnesselsalat zubereitet. Hier habe ich jetzt eine Portion Brennnesseln, eine Schüssel voll. Dann braucht man ein Brett und ein Nudelholz. Denn damit werden nun die Brennnesseln platt gewalzt. Das hat nämlich den tollen Effekt, dass die Brennhaare abbrechen und dann die Brennnesseln nicht mehr brennen. Drum lege ich mir eine Portion Brennnesseln hier aufs Brett. Und dann werden die hier schön platt gewalzt. Janouk will auch schon mitmachen. Alles schön gründlich platt walzen, dass dann auch keine brennenden Haare mehr dran sind und man sich nicht im Mund verbrennt, weil das ist sehr unangenehm. Jetzt ist der leckere platt gewalzte Rohr Brennnesselsalat fertig. Anouk will auch schon die Videos drehen. Seht ihr? Ist schon voll dabei. Jetzt habe ich dann noch ein leckeres Dressing schon vorbereitet. Das ist eine Handvoll Mandelkerne über Nacht eingeweicht, ein Esslöffel geschälte Handsamen, Kurkuma, ein Teelöffel, eine Dattel und ein wenig Zitronensaft und etwas Salzsohle. Das kippe ich jetzt über meine leckere Brennnessel als Dressing. Und nun ist mein vollköstlicher Brennnesselsalat fertig und den werde ich mir jetzt schmecken lassen. Super gesund und einfach köstlich. Ich hoffe es hat euch gefallen und ich konnte euch ein wenig inspirieren. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mich mal auf meiner Webseite besuchen kommst. Und zwar hier. Pling! Und besuche mich auch sehr gerne auf Facebook oder auf YouTube. Alles Liebe und bis jetzt sagen Anja Feuerblume und Anouk. Und dann sind wir hier nur noch. Vielen Dank.